Immobilien kaufen, aufbereiten und verkaufen. Genau das ist mein Leben. Seit über 35 Jahren mache ich genau das. Ich kaufe unrenovierte, hässliche Immobilien, bereite sie auf und verkaufe sie dann zum besten Preis. Genauso wie ihr es hier seht bei diesem Brot- und Butterhaus, auch Alte-Leute-Haus genannt. Das ist das, was wir kaufen mit einer guten Substanz und dann ganz Schritt für Schritt fachlich aufbereiten, um dann eine große Schar an Kaufinteressenten zu generieren. Das ist der Erfolg, das ist ein System und das kann ich dir beibringen. Hast du Interesse daran, geh einfach auf die Seite oliverfischer.de, bewirb dich auf ein kurzes Beratungsgespräch und wir finden ganz genau heraus, ob dieses System zu dir passt und welche Schritte du gehen musst, um auch erfolgreich zu sein mit dem Immobilienhandel, mit dem Fix & Flip und mit mir als Partner kann ich dir garantieren, dass du wirklich auch erfolgreich wirst. Ich freue mich auf dich, dein Oliver Fischer.